Ich gucke dir alles. Müssen wir mal Zwiebrezeln mitnehmen? Wahrscheinlich, ne? Nehmen wir noch in der Sesam. Danke auch. Gleichfalls. Glaub ich mal, jetzt kommen wir. Das werde ich gut machen. Zeig mal, was du kannst. Wofür stehen? Nicht schlecht. Ein ruhiger Beginn am Morgen. Die Straße ist immer so leer. Sind alle durchgefeiert wahrscheinlich. Ich habe hier alles offen gelassen, weil ich gestern Abend kein Bock mehr hatte. So. 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 Ja, liebe Leute, wie gesagt, ich werde jetzt nochmal kurz sagen, dass ich diese normalen Dinge, das Fahrradladen, der Fahrradladen Reparatur nicht mehr online stelle. Also habe ich schon zu oft. Also wenn, dann zwischendurch vielleicht mal ab und zu, aber jetzt nicht jeden Tag hier. Hier mal Plattereifen, 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 Bremszug, 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 Schallzug etc. Wenn es etwas Besonderes ist oder ein schöner Traat oder so. Oder ich das möchte, mache ich das, aber ich werde es jetzt nicht mehr so reinstellen so richtig. Deswegen, wenn die Vlogs auch ein bisschen kürzer werden. In Zukunft ist es ja auch mal ganz angenehm. Und wenn ich dann eine spezielle Reparatur habe oder irgendwas wirklich, irgendwas Besonderes, da mache ich halt ein Video davon. So. Und vielleicht kommt doch ab und zu mal gar kein Vlog. Oder so. Ja, weil, naja, es ist halt nicht jeden Tag Highlife oder so. Ist ja nicht jeden Tag was los. Und wie will ihr euch ja auch nicht langweilen mit dem Vlogs, bloß einfach nur einen Vlog zu machen und irgendwas online zu stellen. Ja, das will ich dann auch nicht. Die Situation hatte ich noch nicht bisher. Alles, was ich bis jetzt online gestellt habe, war irgendwie für mich so, dass ich sagen kann. Ja, okay. Es ist oder könnte interessant sein, auch für die Leute, die da verfolgen. Ist ja auch was anderes. Mit Familie ist noch ein bisschen mit drin. Mit Anverkauf Antiquitäten ist ein bisschen mit drin. Soweit ist ja auch ganz schön. Und zwar Antiquitäten zeige ich euch ja, was ich neulich gekauft habe, in den Vlog mit reinzunehmen. Aber der war ich schon so lange. Das war der 40 Minuten Vlog. Deswegen zeige ich euch mal, das habe ich gekauft. Ein schönes Plakat. Da habe ich mich sehr gefreut drüber. Weil das Plakat unheimlich plakativ ist. Und zwar ist das ein Plakat der Ringermeisterschaften. Ist das nicht toll? Ist das nicht ein schöner grafischer Entwurf? Wir sind eine Sportarena des Westens. Leibnizstraße, Ecke, Kurfürstendamm. Turnier um die Deutsche Meisterschaft der Berufsringer im Mittelwicht. Da sind sie alle. Kamal, Borben, Götzschel, Rauf, Helter, Rauf, Stolz, Wickert, Köring, Zimmermann und Wenzel. Die alle waren dabei. Ja, das ist ein schönes Stück. Das muss ich mal irgendwie integrieren. Hier irgendwo an die Wand machen. Oder an die Wand vielleicht nicht. Ja, frei hängen. Wegen der Feuchtigkeit. Eine Wand ist immer schwierig. Dann stoppt es von hinten. Ja, das wollte ich euch noch zeigen. Das habe ich nämlich bekommen. Und das hatte ich nicht im Vlog mit drin. Guck mal mal. Das meine Tochter macht. Moin. Wie geht's? Wie geht's? Bei euch? Ich muss noch versuchen, dass da noch Pumpe schlappt. Ach, Pumpe schlappt. Ja, guck mal kurz. Was? Ich guck mal kurz. Das ist ein bisschen nett lang. Pumpe. Ja, und in die andere Richtung drehen. Achtung, nein, nein, nein. Und dann brauchen wir da noch einen Achterplan. Fertig. Neuer Ansatz. Genau. Neuer Ansatz. Neuer Ansatz. Ist er auch da oben hin? Jetzt fährt er fest und ich fährt raus. Okay. Deine Hände schmutzig jetzt. Weil... Ja. 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 Ja, danke. Ja. Es ist sehr rostig der Brennerecke. Mal angucken und... Das ist der Reifen auch gar nicht so alt. Erstmal lösen von der Felge, schlack, schlack. Willst du hier um? Andere Seite, genau. Und weiter drehen. Weiter, ist einmal rum? Ja. Schön, dann gegenüber vom Ventil, das ist hier. Willst du diese Hebel holen, diese gelben? Klassik-Käbel. Und jetzt hoch. Zack. Warte, warte. Und dann da. Einklemmen. Jetzt mit dem. Hier daneben. Guck mal richtig hin, was du machst. Unter den Reifen. Unten drunter. Und hoch. Und wieder rausziehen, seitlich. Da. Da. Richtig drunter, unter den Mantel. Unter den Mantel. Genau. Und hoch. 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 Jawohl. Und seitlich und raus. Ne, ne. Seitlich und raus. Hier. Guck richtig. Richtig drunter. Jawohl. Seitlich raus. Genau. Und so weiter. Super. Guten Morgen. Super. Das macht's ja sehr gut. Lernt. Ja, ja. Sieben Jahre. Über Zeit. Ja. Über Zeit. Okay, reicht. Ich glaube, jetzt kannst du den mit der Hand runternehmen. Komplett. Jetzt brauchst du das Werkzeug nicht. Und das hier muss auch ab. Das kann auch ab. Moin. Ähm, ich bräuchte mal die Hälfte mit meinem Fahrrad. Warte mal kurz. Au. Zieh, raus. So, noch. Na, reicht. Reicht, reicht, reicht. Nichts. Jetzt den hier drüber. Schlauch raus. Erstmal hier. Du siehst du? Den brauchen wir noch. Jetzt kannst du den Mantel runtermachen. Jetzt geht der ganz einfach runter. Zu dir, Renor, zu dir. Jawohl. Ein drum. Ein feste. Ja. Jawohl. Den brauchen wir nicht mehr. Den brauchen wir nicht mehr. Der kann aufreinen. Der ist Schrott. Der ist Schrott. Und voll trägig. Ja, so ist das. So schnell geht das. So, jetzt den neuen. So, lass mal sehen, die richtige Richtung. Erstmal brauchen wir dieses Pulver. Ja, aus. Ja, noch ein bisschen mehr. Ja. Super. Genau, in die Richtung. So muss das ran. Wie machst du das? Weißt du das schon? Nee, ich dachte, man macht das erstmal so ran. Immer hier rauf stellen. Achso, ja. Genau. Und dann? Ja, genau so drüber. Darüber. Darüber. Das geht schwer hier. Aber zieh. Jawohl. Jawohl. Genau. Jetzt den Schlauch. Da rein. Was ist denn da? Das ist ein bisschen lapprig, der Schlauch. Da, da. Kannst du das machen? Einmachen? Ja. Okay, mach ich schon. Das ist immer schneller, okay? Na ja, muss ja sonst. Jetzt brauchen wir die Klinikruppe. Erstmal müssen wir das wieder reinbauen, ne? Ich weiß, aber das ist wohl... Wannst du nicht? Brauchen wir erstmal das Ziel. Erstmal! Was geht's denn? Was ist das denn? Ich bin jetzt seitdem... Ich habe wieder eine Schlauchin gesagt, das type der 울 habe ich geworfen können. Ich finde, das ist Bei den Ventilen ist es generell schwer. Da hast du ein schlechtes Ventil erwischt. Ich hab Durst. Ich kann meine Räder nicht so anpreisen. Irgendwie verliere ich gegen die ganzen Leute hier im Umfeld. Der kann nicht so offensiv verkaufen. Das merke ich immer wieder. Ich zeig eine Kunde gerade, die geht jetzt erstmal auf den Fahrradflugmarkt. Und guckt dann da erstmal. Ach Mensch. Ich glaube ich muss das delegieren hier. Ich brauche jemanden der im Laden steht. Der das macht. Ich bin leider zu ehrlich als Verkäufer offensichtlich. Ich kann den Quatsch nicht in den Himmel heben. Außer es ist gut. Naja. Das soll man machen. Der Trennrad ist verkauft, was ich gestern angekauft habe. Und ich bin sehr glücklich darüber. Es ist endlich mal seit langem mal wieder ein Fahrrad, was ich verkaufe. Und ja, ich freue mich. Ich hoffe, die gute Dame wird damit viel Spaß und Freude haben. Und er wird hoffentlich nicht sofort wieder gezockt. Das wäre sehr schade. Jetzt ist gerade Ruhrpause. Da freue ich mich. Kann mich ein bisschen erholen. Und heute Abend geht es wieder los. Alle wieder wie immer. So können wir halt spielen. Und Thorsten ist da. Aber ich muss hier weiter arbeiten. Das zu tun. So. 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 Jetzt läuft es schon. Wir haben sie gerade einen Rat. Ich kaufe voll ab. Oder warte. Gerade. Vor einer Stunde oder so. Und ich weiß nicht mal was für ein. Ich hoffe nicht, dass es ein Kundenrad war. Ey. Es war so voll auf jemanden draußen. Alle. Oh. Stell ab. Stell ab. Und wollten dann weiter. Und zack. Und der nächste Runde an der Fahrradvermietung. Ey. und ich hab das Fahrt ja auch nicht auf dem Schirm ich hab's auch nicht auf meiner Liste also Kundenräder sind eigentlich alle da deswegen hab ich da ich hab mir trotzdem gedanken oder dass einer so dreist ist natürlich ein Rad zu klauen ist schon so ehrlich ey, zum Kotzen für Idioten so liebe Leute mir ist wieder eingefallen es war kein Kundenrad natürlich war es kein Kundenrad auf die passe ich ein bisschen besser auf Gott sei Dank ich hab mich schon gefragt hab ich guld, was war das hat mir einer zwischendurch ein Rad hingestellt oder so nee, nee, war das nicht das war ein Rad, was ich heute Morgen schon als Mietrad beiseite gestellte und was ich anschließen wollte aber dann kamen eben die ganzen Leute und ich hab das irgendwie vergessen anzuschließen und nun stand das da immerhin ein paar Stunden und dann zack, bumm, auf jeden Fall war es weg ich bin froh, dass ich keinen Kundenrad war gut, jetzt sind es 8.35 Uhr ich räume jetzt ein heute war nicht besonders los außer dass mir rat getaut wurde und jetzt ist Fußball oder ich hab keine Ahnung wie es an die Wand und da wird auch nicht mehr kommen also sehen wir uns eventuell morgen oder so wenn was speziell passiert sagt Bescheid und wünsche euch allen einen schönen Sonntag dann morgen ja also schlaft gut bis dann ciao 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 ciao